Heidi Ho! Willkommen zurück zur Pokemon Team Rocket Edition! Es hat sich ne Kleinigkeit in den anderen Team getan, und zwar habe ich Tragosso reingeholt und dafür Paras rausgepackt. Mal gucken... Ob ich diese Entscheidung nicht eventuell bereue und zurückgegängig machen möchte? I run a daycare. Would you like me to race one of your Pokemon? Should I race? Then come again? Ist das die Pension? Und wo kommst du auf einmal her? We are protecting this city! The tower is on lockdown! Sorry, I can't let you in, kid! Da geht's schon wieder raus, ich möchte mich erstmal in der Stadt umsehen. Hier brauche ich den Zerschnie. Zwei-faches, Jim? Words on the streets. Is Team Rocket wants to take over Sylscope? Was sagst du mir hier Nettes? What do you want? Oh, this is all I have done, Popo Stole. TM9 und 20, so schnell. Ah, ähm, hier, äh, wie heißt's, ähm, Psycho-Attacke. Psychic, genau. Kann natürlich gar kein zu meiner Pokémon. Was? Dann ist das vermutlich die Kampf-Arena. Ungefähr weiß ich in welcher Stadt ich mich befinden würde. I'm on Guard-Duty. You're not in Team Rocket. Are you? Ähm, ich sag einfach mal, ich bin da nicht. Giovanni-Plant-Take-Overs. Hier ist das nächste Pokémon-Center. Und hier geht's auch schon weiter. Ja. Ich glaub, ich tu mir einfach mal den Gefallen. Ah, was heißt Gefallen? I hear you good. Show me. Ich guck einfach mal ein klein bisschen nach. Was für ein Level mir hier erwart- von mir hier erwartet wird. Ja. Ihr seht, es sind ja nur 10 Level Unterschied und dann kriegt er noch ein X-Attack. Ich bin froh, wenn ich ihn gleich besiegt haben sollte. Komm, Tragosso. Hau ordentlich rein. Und jetzt halt ordentlich aus. Du sollst nicht daneben werfen. Nein. Das dürfte es ausbedeuten. Tragosso wird besiegt. Kommt mein Liebling Mauzi rein, der mal wieder ein bisschen trainiert werden müsste. Wow, 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 wow. Das waren arg viele Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte, ähm, Lebenspunkte. Gut, schön der Reihe nach. Quick Attack, Quick Attack, Quick Attack! Ah, gut, besiegt. Und Level 24, Blackbill is about to use my choke. Ich hatte mit deiner Vorentwicklung schon so viele Probleme. Immerhin bist du jetzt nicht auf einem höheren Level. Hätte ja auch noch passieren können. Dann, da, 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 da. Ja. Ja. Gut, damit kann ich sie also relativ, 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 relativ besiegen. Aber das zeigt mir auch, dass ich hier jetzt nicht unbedingt rein sollte. Und wenn ich mal kurz in die Karte gucke, dann, ähm, ja, bla 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 bla. Dann war hier Lamerate Town, da hätte ich ja Pokémon Cemetery, komme ich momentan nicht weiter. Ach, ich soll laut Karte vermutlich erstmal da runter. Gurgat Town bin ich jetzt, dann geht's nach unten, Route 10. Zum Pike Pit. S.S. Park. Ah, zum S.S. Park. Ich glaube, da sollte ich hin. Wo läuft denn mein Mikrokabel schon wieder nach? Okay. Ich schaue mich allerdings noch mal leicht hier um und hoffe nicht, dass ich jetzt auf meinen Rivalen treffe. Eine Höhle. Was haben wir hier für eine Höhle? Mit dieser netten Höhlenmusik. Ich will jetzt hier ein Pokémon treffen. Dankeschön. Dankeschön. Klein Stein. Auf Level 28. Also, ich sag's mal so. Ein Kleinstein hat sehr schön viel Verteidigung. Äh, was macht jetzt mehr? Ich glaube, die Quick Attack. Steinenwurf, danke. Tut dir überhaupt nicht weh? Safety Struct. Noch schön. Jetzt ist das Geodude weg. Und mein Rat Shreds auch. Ich guck mal, was hier noch so kommt. Noch ein Geodude. Ja, jetzt habe ich nur die eine Attacke. Und das war ein Crit. Juhu. Das sieht ja sehr gut für uns aus. Und schon wieder Safety Structions. Und auch nicht überlebt. Okay. Ihr seht, bevor ich groß hier weitergehe, sollte ich definitiv etwas an meinen Pokémon tun. Hier unten ist auch eine Graslandschaft. Schauen wir mal kurz, was sie entwickeln. Äh, was finden wir hier? Tauburga. In Level 27. 20. Ja, ich habe gerade mal ganz erschrocken in mein Team geguckt. Achso. Ah, danke, Dodo. Accuracy. Komm, jetzt mach es. Mach es nicht so langsam. Ah, nein, jetzt habe ich zu. Ey, das hättest du aber auch wirklich früher machen dürfen. Okay. Dann gehe ich mal schön, schön, schön zurück. Zu meinem... Ne, das war hier oben links. Hier, genau. Eben schön ins Pokémon-Center. Heile meine Pokémon. Welcome, hier Pokémon, back to where I... Zum Glück wollen sie auch von einem Team Rocket-Mitglied nichts dafür haben. Nein, 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 danke schön. Und ich sagte mal, ich muss die Pokémon jetzt ein bisschen trainieren, gehe dazu auch ein bisschen in Gras. Eventuell fange ich mir was Neues ein, das seht ihr dann alles im nächsten Part. Bis dahin, nennete, na dann, tschüss.